Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Ich bin euer Basti. Ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich weiter auf meiner Farm begleitest. Wir haben erst mal ein paar Sachen vom Bürgermeister gekriegt, um uns hier ein paar Felder anzulegen. Ein paar Felder sind ja hier schon, aber ich möchte vorher schauen, ob sich unser... Ja, unser Huhn hat sich entbackt. Das werden wir jetzt zähmen. Du musst dieses Tier zur richtigen Einrichtung bringen, um dich um es zu kümmern. Ja, ich möchte es bewegen. Es kommt in den Hühnerstall. Dieses Tier zähmen? Natürlich. Und jetzt soll ich auch noch einen Namen vergeben. Okay, das heißt, ähm, Huhn einfach oder Hühni oder Huhni. Ähm, wir nennen es Huhni. Okay, das ist unser erstes Huhn. Das bleibt bei uns und den Namen bestätigen wir. Und jetzt haben wir dieses Hühnchen im Stall grasen. Wenn du die Glocke bei der Scheune oder dem Hühnerstall läutet, kommen die Tiere heraus. Draußen grasen sie und genießen die frische Luft. Bei schlechtem Wetter müssen die Tiere in ihrer Einrichtung bleiben. Okay. Ah, jetzt können wir hier das Hühnchen auf die Weide entlassen. Und da kommt es raus und rennt jetzt hier rum. Okay, dann wollen wir uns erst mal um unsere Felder kümmern, die hier schon, ähm, so kreuz und quer auf unserer Farm sind. Wir müssen erst mal schauen, dass wir das ganze Tier wegkriegen. Wir müssen uns nämlich überlegen, wo machen wir oder wo stellen wir unseren Brunnen hin? Da kann ich die natürlich nicht draufstellen. Das ist natürlich sehr schlecht. Ähm, komm, wir bauen den mal da hin. So, dann müssen wir natürlich unser Feld erst mal... Wie viele Samen haben wir denn? Neun Samen haben wir. Okay. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Nein, da war ich schon... Ach, ich mach erst mal hier nur so einen Streifen. Wir können uns natürlich dann auch im Dorf neue Sachen kaufen. So, nee. Das Feld muss noch weg hier. So. Wir haben sogar einen Kirschsetzling. Das ist ein Baum, ne? Wo stellen wir denn hier einen Baum hin? Das wäre doch eigentlich schön, wenn der hier oben neben unserem Brunnen wachsen würde. Okay, den Baum haben wir. Dann geht's los mit Aussehen. Och, ist das schön. Das ist richtig entspannt. Aber wir müssen das ja alles noch gießen dann, ne? Was? Es geht wirklich so los wie in, äh, ähm, Stadio Valley. So, jetzt haben wir keine Samen mehr. Aber wir haben ja unsere Gießkannen. Uah. Nein, das Feld solltest du nicht gießen. Wir müssen ja unsere Samen gießen und nicht, ähm, irgendwas... Ich will noch nicht doppelt gießen. Okay, ihr seht jetzt, ähm, hinter mir ist so eine Anzeige, ähm, wie oft ich, ähm, gießen kann. Ich kann jetzt noch zwölfmal gießen. Ähm, vielleicht blende ich mich mal ganz kurz aus. Dann seht ihr das. Ja, also ihr habt die Gießkanne gesehen. Ich kann die dann hier, ähm, wieder auffüllen. Jetzt habe ich wieder 20 von 20. Okay, wir haben sogar noch eine Steckrübe. Die möchte ich gerne verkaufen, die, die eine Steckrübe. Und dann, ähm, würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Wir könnten doch eigentlich craften, oder? Was können wir denn craften? Ein Holzweg, ein Holzzaun, ein Holzgatter, eine Schnur, ein Bauholzfertiger. Da brauche ich Holz. Dieses Gerät verwandt Holz in Bauholz um. Jägerholz ein, Worte kurz und Woyla. Ja, du kannst bis zu 20 gleichzeitig davon haben. Okay, das heißt also, ich muss Holz hacken. Weil ich glaube, dieses Bauholz brauchen wir, um diese Küche, die wir da unten haben, ähm, zu reparieren. Da können wir gleich nochmal schauen gehen. So. Hier unten, dieser, meine ich. So. Wir brauchen 15 Bauholz dafür, um diese Brücke zu reparieren. Wir könnten das natürlich auch mit Gold machen, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das ja selber alles hinkriegen. Okay, dazu brauche ich dann so eine Bauholzmaschine. Vielleicht sollte ich mir auch gleich zwei davon machen. Wir müssten natürlich auch noch in die Mine gehen, um die mal ein bisschen zu erkunden. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal ein bisschen um unseren Hof. Unsere Pflanzen müssen ja auch gegossen werden. Und wenn wir dann, ähm, das soweit alles fertig haben, dann gehen wir auch mal in die Stadt und schauen. Hier habe ich, hier kann ich noch was ernten. Was ist das denn hier? Oregano und ein Königsfahnen. Okay. Aber ich brauche auf jeden Fall erstmal Holz. Die Sachen, die ich hier finde, die werde ich auf jeden Fall verkaufen. Das gibt immer Geld. Auch der, dass das Harz gibt Geld. Ich muss mal schauen, wie viel Holz habe ich. So ein 36. Da müsste ich doch eigentlich schon so ein Ding bauen können. Ja. Okay, Bauholzfertiger. Wir werden das jetzt mal... Ah, 20 brauche ich. Ich werde mir am besten gleich mal zwei herstellen. So, aber dazu werde ich jetzt noch einen Baum hacken. Weil Bauholz ist immer eine feine Sache. Damit können wir im Prinzip verschiedene Sachen auch bauen. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? Ich habe 39. Es reicht noch nicht ganz, weil ich glaube, ich brauche... Äh, ich brauche 40 dafür. Weil 20 kostet ein so ein Ding. So, jetzt müssten wir das ja eigentlich haben. Hier können wir noch was ernten und verkaufen. So, dann wollen wir mal schauen. Ähm, wir müssten eigentlich zwei herstellen können jetzt hier. 20, dann habe ich noch 22. Na gut, dann machen wir erst mal einen. Okay, Fertiger benutzen. Nachdem du einen Fertiger hergestellt hast, kannst du ihn auf deinem Hof platzieren. Lege einen Gegenstand ein, warte kurz und bumm, fertig. Okay, ich mache mir aber gleich noch einen. Weil ich brauche ja Bauholz. So, jetzt habe ich zwei von diesen Dingern. Ich würde sagen, die packen wir hier oben hin. Hm, warum kann ich denn die da nicht hinpacken? Hm. Na gut, dann machen wir einen da hin. Und einen gleich da runter. Und hier können wir jetzt Holz reinpacken, hineingeben. Okay, ich brauche drei Holz. Aha, drei Holz, um einen so ein Dings zu machen, um so ein Bauholz zu machen. Das heißt also, wir müssten leider noch ein bisschen Bäume hacken. Und hier unten sehe ich schon wieder eine Erdbeere. So, aber wir sammeln erst mal Holz. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Wir haben sieben Holz, also müssten wir die beiden Sachen ja jetzt bestücken können. So. Genau. Verarbeiten. Und nochmal verarbeiten. Und jetzt entsteht hier also Bauholz. Okay, dann haben wir schon mal zwei Bauholz. Am Ende dann unser Baum wächst. Und wir müssen uns weiterhin um unseren Hof kümmern. Das Problem ist ja, das kostet alles Energie. Und ich habe ja die Sachen, die ich eigentlich essen kann, die füllen auch nicht so viel Energie auf. Das passiert dann später, denke ich mal. Wir können wahrscheinlich unser Zelt auch ein bisschen ausbauen. Und wenn wir dann unser Zelt ausgebaut haben, gibt es wahrscheinlich auch Sachen, wo wir dann kochen können. Oder so. Haben wir noch ein paar Muscheln hier liegen? Ne, leider nicht. Okay, ich denke mal mit Holz war es das erst mal. Hier ist unser Hühnchen. Da ist ein Eichhörnchen gewesen. Okay. Wir müssten auch natürlich in die Mine gehen. Wir können auch noch ein bisschen Gras sammeln hier. Ich weiß nicht, ob das Gras für die Tiere ist. Das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. So, hier haben wir auch noch Gras. Und hier haben wir sogar noch ein paar Steine, die eigentlich weg müssten. So, weil Steine sind ja auch Materialien. Da wollte ja uns der Bürgermeister dann am nächsten Tag ein paar Hinweise geben, was wir damit machen können. Okay, gut, 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 gut. Sieht doch eigentlich ganz, ganz schnieke aus hier. Hier unten gibt es auch nichts weiter. Unser Hühnchen rennt hier rum. Ähm, hier haben wir noch ein bisschen Gras. Das mache ich jetzt erst... Ah, ne, den Baum, den will ich nicht wegmachen. So, ich weiß aber auch nicht, ob ich alles wegmachen sollte hier. So, und wir brauchen 15 Bauholz, um die Brücke zu reparieren. Hm, ist das schon fertig? Nein, ein bisschen dauert es noch. Aber okay, wir haben zwei von diesen Dingern. So, jetzt können wir erst mal sagen, den Harz weg, Oregano weg, Königsforn weg. Den Rest behalten wir mal hier. Wir könnten auch mal versuchen, die Wildbären zu essen. Mal gucken, wie viel Energie das bringt. Wir haben oben unser Herzchen. Na ja, gut. Wir haben ein komplettes Herz aufgefüllt. So, jetzt kann ich... Äh, das Bauholz nehmen. Und kann hier Neues reingeben. Jetzt habe ich zweimal Bauholz, meines Erachtens. Ja. Wir brauchen aber 15 Bauholz, um die Brücke zu reparieren. Gut. So, hier oben geht es nach Olivingen. Eigentlich könnten wir uns da mal ein bisschen umsehen, dass wir schon mal die Stadt ein bisschen erkunden. Hier können wir wahrscheinlich auch angeln. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Olivingen. Und schauen uns die Stadt ein bisschen genauer an. Ich muss auch Futter kaufen irgendwo, damit ich unser Hühnchen... Ähm, unser Hühnchen für Tresor. So, was haben wir denn hier alles? Tierladen, Haus und Huf. Öffnungszeiten, 8 bis 18 Uhr, dienstags geschlossen. Heute ist aber Montag, also ist hier offen. Gut, dann gehen wir mal rein. Tierladen, Haus und Huf. Der Tierladen verkauft Nutztiere und Haustiere. Wenn du wilde Tiere zähmst, erweitert sich das Angebot im Laden. Öffnungszeiten, 8 bis 18 Uhr, dienstags geschlossen. Okay, hallo. Patrizia, es ist schön, dich kennenzulernen. Du bist Silke, richtig? Ich bin Patrizia, ich führe den Tierladen. Vergiss das nicht, ja? Früher oder später wirst du sicher vorbeikommen. Hm, willkommen in unseren Tierladen. Wie kann ich dir helfen? Nutztiere kaufen, Nutztierzuwachs verwenden, Hühnerzuchtset verwenden. Was kann ich denn kaufen? Ich kann einen Huhn kaufen für 1600. Ähm, nee, das möchte ich erstmal nicht. Ich muss mir auf jeden Fall erstmal Samen kaufen. Wer bist du denn? Bridget, es ist schön, dich kennenzulernen. Sag bloß, du hast den Hof geerbt. Das ist ja wundervoll. Ich bin Bridget, ich kenne mich gut im Umgang mit Tieren aus. Also frag mich einfach, wenn du Hilfe brauchst. Grüß dich, das hier ist unsere Haustierabteilung. Kann ich dir behilflich sein? Haustier kaufen, Reittier kaufen? Oh, ich bin Haustier. Oh, du hast noch keinen Platz für ein Haustier. Schade. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder aus dem Laden. Was haben wir hier denn für einen schönen Laden? Oliwinger Gemischtwarenladen. Öffnungszeiten 8 bis 18. Okay, dann gehen wir halt mal in den Gemischtwarenladen rein. Oliwinger Gemischtwarenladen. Der Gemischtwarenladen verkauft Samen, Setzlinge und andere Produkte. Das Angebot ändert sich saisonal. Also schau öfter mal vor. Hi. Okay, ähm, wer bist du denn? Hi. Jack. Hallo, suchst du etwas Bestimmtes? Oh, du bist also Silke. Der Bürgermeister hat von dir erzählt. Ich bin Jack, dein freundlicher Ladenhüter vom Gemischtwarenladen. Okay, das ging nach hinten los. Ich bin Jack. Er hat dich kennenzulernen. Okay, alles klar. Und wer bist du? Ah. Howdy, du bist Silke, oder? Ich bin Angela. Meine Familie betreibt den Gemischtwarenladen. Freue mich, dich kennenzulernen. Ah. Willkommen im Oliwinger Gemischtwarenladen. Okay, Gemischtwaren kaufen. Was kann ich denn hier kaufen? Setzlinge. Ah, hier. Hier geht's los. Okay. Ich würde sagen, Burkensamen, Zwiebelsamen. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein paar Zwiebelsamen. So, wie viel können wir denn da kaufen? Ich würde sagen, zehn Stück. Wenn wir die dann verkaufen, gibt's bestimmt ein bisschen Geld. Die wachsen im Frühling und im Sommer. Okay, was hast du denn noch? Futtersamen. Teesamen, Bohnensamen, Weizensetzlinge, Reislinge, Kaffeesetzlinge, Orangensetzlinge, Kirschsetzlinge. Viehfutter. Okay, ich kaufe auf jeden Fall erstmal ein bisschen Viehfutter. Fünf Stück sollte erstmal reichen, auf jeden Fall für unser Hühnchen. Angelköder-Material, Haustierleckerli, Flungi, Mäuseball, Juweliering. Okay, ich habe kein Geld. Materialien kann ich ja auch kaufen. Holz, Gras, Stein, Kaninchenfell, Wolle. Ich glaube, das brauche ich alles noch nicht. Möbel kann ich ja auch kaufen. Katze, einfache Tisch, Tischlampe. Oh mein Gott, es gibt so viel zu kaufen hier. Okay, da müssen wir uns dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen umsehen. Ich kann auch die ganzen Häuser, glaube ich, bereisen. Das machen wir dann aber noch trotzdem nochmal ein bisschen später. Hallo, wer bist du denn? Hallo. Raoul. Hallo, wir kennen uns noch nicht, oder? Oh, dein Name ist also Silke? Ich bin Raoul. Es freut mich, dich kennenzulernen. Sehr schön. Oh ja, wir haben auch noch ein Haus. Was ist das denn hier? Haus von Marcos. Hm. Na, wir gucken einfach mal. Manuela. Hm, du siehst mal wie jemand aus, der noch nie angeln war. Liege ich da richtig? Keine Sorge, jetzt wäre doch eine gute Gelegenheit, es zu lernen. Ich bringe es dir gerne bei, wenn du magst. Zuerst gebe ich dir mal diese Angelrute. Die liegt bei mir nur rum. Ist doch besser, wenn jemand etwas davon hat. Ja, wir haben eine Angel bekommen. Sehr schön. Die Angel benutzen. Angewässern kannst du deine Angel auswerfen. Sobald ein Fisch angebissen hat, musst du die Schnur einholen und deine Kräfte mit ihm messen. Ist wie bei Stardew Valley. Okay, Angeln ist nicht kompliziert. Wenn du ein Gewässer siehst, kannst du wahrscheinlich deine Angel dort auswerfen. Schau in Richtung des Wassers, wirf sie aus und sobald etwas am Haken ist, fängst du an, sie wieder einzuholen. Wenn du erstmal genug Erfahrung hast, kannst du bestimmt auch dicke Fische an Land ziehen. Wie Miamor Markus. Und das war's auch schon. Alles. Du kannst jetzt losziehen. Viel Spaß beim Angeln. Okay, alles klar. Sehr schön. Wir haben unsere Angel bekommen und die ist einfach weg. Neues Teil. Wir haben eine Angel bekommen. Die ist wahrscheinlich in unserer Werkzeugkiste. Da müssen wir mal reinschauen. Ja, da ist sie. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die kommt hier da hin. So. Okay, krass. Wir haben die Samen. Wir haben Viehfutter. Wollen wir mal versuchen zu angeln? Oder? Wer bist du denn? Wir müssen erstmal mit ein paar Leuten reden. Jesse. Jesse. Hoppla, grüß dich. Und wer magst du sein? Ach, du bist Silke. Jetzt, wo du es sagst, siehst du deinen Großvater schon ziemlich ähnlich. Ich heiße Jesse. Dein Großvater war ein guter Freund von mir. Weißt du? Okay, Jesse. Du bist wahrscheinlich eine etwas ältere Frau. Hier können wir angeln. Oh, wer bist du denn? Hmm. Tourist. Dieses Dorf ist so schön ruhig. Ein so schönes, ruhiges Plätzchen. Okay. Norman. Hmm. Sind wir uns schon einmal begegnet? Oh, hallo Silke. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Norman. Mir gehört der Lebensmittelladen hier im Dorf. Wenn du also einmal Lebensmittel oder Zutaten brauchst, bin ich dein Mann. Komm jederzeit vorbei. Alles klar. Und hier liegt ein Schiff. Da komme ich nicht hin. Ich würde sagen, wir erkunden heute erstmal nur den Strand. Und also diesen ersten Platz. Ich glaube, das Dorf ist so aufgebaut. Ah ja, hier kommt schon der nächste Laden, ne? Küstenbistro. Okay, das machen wir dann alles im nächsten Part, würde ich sagen. Wir wollen auf jeden Fall erstmal versuchen zu angeln. Wer bist du denn? Emilio. Bist du hier, um dir das Dorf anzusehen? Ich kann dich rumführen, wenn du willst. Oh, du bist das Mädel mit dem Moped. Silke, stimmt's? Ich bin Emilio. Vergiss das bloß nicht, ja? Okay, ich vergesse das nicht. Alles klar. Für Reisen registrieren. Wenn du dich für eine Reise registriert, besuch dein Avatar die Dörfer anderer Spieler. Wenn du die Kommunikationsfunktion aktivierst, können die Bauern und Bäuerinnen aus aller Welt besuchen. Postkarten verschicken. Wenn du eine Postkarte verschickst, kannst du deine Fotos mit Bauern und Bäuerinnen weltweit teilen. Wenn du die Kommunikationsfunktion einschaltest, werden dir die Fotos von anderen am Ladebildschirm angezeigt. Hey! Laura, wenn du Infos über Living suchst, dann bist du bei mir genau richtig. Moment, du bist Silke. Der Bürgermeister hat mir von dir erzählt. Ich bin Laura, die Fremdenführerin hier im Ort. Ich finde, es gibt keine dummen Fragen, also schieß los, wenn du irgendetwas wissen möchtest. Online-Funktionen wurden deaktiviert. Online-Verbindung herrscht in Online-Spielen? Nein, ich bleibe natürlich erstmal offline. Okay, und wir wollen angeln gehen. Aber ich würde sagen, wir angeln bei uns am... Oh, ist das schon noch ein neuer? Ach nee, das ist haupt. Ach nee, Emilio. Ich habe nichts gegen ein ruhiges Städtchen. Aber ich wünschte, dass mir aufregendere Sachen passieren werden. Okay, gut. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, denn ich würde gerne auch noch meine Samen, die ich habe, platzieren. Und das Futter in den Futterspender für unseres Hühnchen werfen. Deswegen gehen wir erstmal zurück, säen und platzieren das Futter. Und dann versuchen wir natürlich auch noch zu angeln. Und hier ist schon wieder Bauholz fertig. Können wir da noch ein bisschen was reinpacken? Jawohl, sehr schön. Okay, ihr könnt weiterarbeiten. Wir haben im Prinzip Geld ausgegeben. So, da ist unser Hühnchen. Das sieht schon wieder so aus, als ob es in den Stall will, aber nicht reinkommt. Und so, hier kann ich wahrscheinlich Futter platzieren. Fünf Futter und zehn Stück kann ich insgesamt da platzieren. Okay, das passt schon. Hauptsache es hat erstmal was zu fressen. Kann ich das auch erstreicheln? Ja, und ich würde sagen, du gehst mal wieder in deinen Stall, ne? So, also angeln. Aber erstmal müssen wir noch säen. Wie viel haben wir denn? Zehn Samen. Okay, wir haben dort oben eins. Zwei. Nein, 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 nein. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ah, und ich brauche noch ein einzelnes Feld. Naja, gut, dann mache ich zehn. Mache ich das hier. Dann ist schon okay. So, das eine haben wir ja noch gewässert. Sehr gut. Wir müssen natürlich Geld verdienen. Und das heißt also, wir müssen Samen kaufen von dem Geld. Und wir können wahrscheinlich auch unsere Werkzeuge ausbessern. So, dann einmal gießen, damit das hier alles schön nass wird. Ich hoffe doch mal, hier gibt es auch Regentage, wo wir nicht gießen müssen. Aber ich denke mal, es kann ja nicht immer schönes Wetter sein. Ah, ich glaube, ich falle gleich um. Ja, das kriegen wir schon hin. So, wir gießen hier auf jeden Fall erstmal zum Ende. Und dann fülle ich meine Kanne wieder auf. Und jetzt wollten wir ja nochmal versuchen zu angeln, ne? Mal gucken, wie das klappt. Hier oben hatten wir doch einen Steg. Da müssten wir ja eigentlich angeln können. So, angeln mit Y. Dann wollen wir mal. Mit Y ziehen wir wieder. Okay, Fische einholen. Halte Y gedrückt, um einen Fisch einzuholen. Die Haltbarkeit deiner Angel sinkt allmählich. Wenn ein Fisch weiß ist, kannst du ihn langsam anlang ziehen. Okay. Rote Fische sind wütend und kosten dich Haltbarkeit. Also, lass in diesem Fall Y wieder los. Blaue Fische sind müde und können leichter eingeholt werden. Okay. Okay. Blaue Fische sind müde. Rote Fische. Da muss ich ein bisschen warten. Oh. Schade, der Fisch ist dir entkommen. Na, so ein Mist. Dann probieren wir das gleich nochmal. Mal. So. Bei Rot muss ich aufhören. Bei Blau kann ich ziehen. So. Da muss ich wieder warten. So. Jawoll. Wir haben... Oh. Fang. Rote Garnele. 29 cm. Sehr schön. Und wir haben fast keine Energie mehr. Komm, einmal probieren wir es noch. Einmal probieren wir es noch, bevor wir schlafen gehen. So, ziehen, 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 ziehen. Da ist es Rot. Da habe ich Energie verloren gerade. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Der ist erschöpft. So, jetzt wackelt er gleich wieder. Sehr gut. Und jetzt ist er erschöpft. Jetzt kann man einziehen. Jawoll. Gazami Krabbe. 14 cm. Oh, cool. Die kann ich auf jeden Fall verkaufen. Aber ich habe keine Energie mehr. Deswegen muss ich die Sachen ganz schnell verkaufen hier. So. Also das weg. Das weg. Diesmal gibt es wahrscheinlich nicht so viel Geld. Und ich kann noch einmal Holz hier reingeben. Aber mir fehlt noch ein bisschen Holz. Kriege ich das vielleicht sogar noch hin, dass ich noch einen Baum fällen kann? Mal gucken, ob wir noch einen Baum gefällt kriegen, damit wir das Holz da... Ja, das hat auf jeden Fall noch geklappt. Sehr gut. Ich habe noch drei Stämme. Dann kann ich die auf jeden Fall hier oben noch... Hallo? Dann kann ich die hier oben noch reinpacken. Dann verarbeitet das den... Das Harz kann ich noch verkaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Und der nächste Tag kann anbrechen. So, schlafen gehen. Müsste ja eigentlich der Bürgermeister wieder kommen und wollte uns was über Holz und Steine erzählen. So habe ich das noch ein bisschen in Erinnerung, denke ich mal. So, was haben wir denn verkauft? 417 Gold gab es nur. Okay, das ist jetzt nicht so die Welt. Aber damit kann ich leben, denke ich mal. Okay, Bürgermeister, Victor, was hast du uns zu sagen? Oh, die Hühnchen gucken da immer mal nach oben. Das ist schön. Schöner Ladebildschirm. Okay, wen hast du da mitgebracht? Victor, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du bist bereit für eine weitere Lektion. Heute dachte ich, sollte ich dir etwas zur Nutzung von Rohmaterialien erklären. Ich bin da leider kein Spezialist. Also habe ich unseren Zimmermann, Nigel, um Hilfe gebeten. Hi Silke, ich bin auf Häuser und Möbel spezialisiert. Aber ich kann dir auch das ein oder andere zu Materialien beibringen. Hast du schon Holz und Steine eingesammelt? Wenn du aus deinem Rohmaterial machst, kannst du sie für vieles nutzen. Zum Beispiel kannst du einen Zaun für deine Tiere daraus machen. Kann man auf einem Bauernhof schon gut brauchen, was? Natürlich wirst du noch weitere Anwendungsmöglichkeiten finden, wenn du deinen Hof weiter ausbaust. Herstellung. Im Herstellungsmenü des Notizbuches kannst du Gegenstände herstellen. Mit steigender Fertigkeitsstufe stehen dir mehr Anleitungen zur Verfügung. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch die Fertiger erwähnen. Die können aus deinen Rohmaterialien ganz neue Materialien herstellen. Fertiger sind wirklich praktisch. Sobald du mal welche hast, fallen dir sicher noch bessere Ideen ein. Eins muss man dabei allerdings beachten. Fertiger brauchen Zeit, um Materialien zu verarbeiten. Ich dachte, das sollte ich dazu sagen. Fertiger mit Hilfe eines Fertigers kannst du verschiedene Materialien verarbeiten. Ja, das kennen wir schon. Das hat Nigel hervorragend erklärt. Das war doch gut verständlich, oder? Na, wie wirst du dein neues Wissen jetzt wohl einsetzen? Das liegt ganz bei dir. Ich gehe jetzt erst einmal nach Hause. Bis morgen. Wir haben schon Fertiger gebaut, Bürgermeister. Und wir werden Olivien, Olivingen weiter erkunden im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Tschüssi.